Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne zeigen, wie du Renditen von 100, 200, 300, 500, vielleicht sogar 1000% generieren kannst. Und nein, ich spreche jetzt nicht darüber, dass du in dich selbst investierst und dadurch dann auf einmal auf magische Weise nächstes Jahr 10 Mal mehr verdienen wirst. Nein, keineswegs. Ich möchte mit dir wirklich über einen Weg sprechen, wie du dein Geld nimmst, in etwas investierst und dann im nächsten Jahr zum Beispiel aus 1000 Euro praktisch 10.000 Euro machen kannst. Wie genau funktioniert das Ganze? Ich spreche mit dir übrigens auch nicht in diesem Video über spekulative Investments. Sei es nun zum Beispiel, dass ich in CFDs investiere, dass ich zum Beispiel in Peer-to-Peer-Kredite investiere. Oder es ist zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich schmeiße mein ganzes Geld in eine bestimmte Aktie rein, weil ich denke, dass es nächstes Jahr explodiert und vielleicht 10 Mal im Wert steigen wird. Ich spreche mit dir nicht über Penny Stocks. Keine Sorge, ich bin nicht Tim Sykes und ich werde wahrscheinlich auch nie mit dir über Penny Stocks reden und dir sagen, das ist das Beste, woverein du investieren solltest. Ganz im Gegenteil, ich möchte mit dir heute über eine wirklich sehr sinnvolle und lukrative Strategie sprechen, wie du sehr, sehr gutes Geld verdienen kannst als Unternehmer und nicht als Investor. Nämlich das ist die Differenzierung, die wir hier wirklich machen sollten. Die wenigsten Leute überlegen sich denn tatsächlich überhaupt, was denn ein Unternehmer ist und was ein Investor ist. Nennen wir das Ganze heute einfach mal hohe Renditen erzielen. So, hohe Renditen erzielen. Und wir wollen es so alle jetzt diesbezüglich differenzieren zwischen einem Unternehmer und einem Investor. Nennen wir das Ganze also Investor und dann Unternehmer. Wir sprechen diesbezüglich natürlich über einen Investor, der, sag ich jetzt mal, über die Börse zum Beispiel sein Geld verdient. Also wir sprechen jetzt hier von Finanzprodukten. Weil ein Investor kann natürlich sehr, sehr vieles sein und es muss nicht unbedingt nur eine Person sein, die in die Börse investiert. Du kannst natürlich auch als Investor in Landschaftsprojekte, so Agrarprojekte, in Wohnungen, was auch immer, praktisch investieren. So, nennen wir das Ganze Unternehmer und teilen das mal wieder in so eine schöne Tabelle auf und sagen praktisch, okay, als Investor ist es schon ziemlich gut, wenn du, sag ich jetzt mal, eine Rendite von 20% hast. Das ist richtig, richtig gut für einen Investor, 20%. Und als Unternehmer sagen wir einfach mal, wir haben eine Rendite von 200%. Oder wenn viele von euch jetzt sich sicherlich sagen, okay, wie soll ich denn 200% Rendite erzielen und viele von euch werden es vielleicht, wenn ich den Unterschied so wirklich sehen, was der, sag ich mal, was wirklich der Unterschied ist zwischen der Rendite eines Investors und der Rendite eines Unternehmers. Aber darüber werden wir gleich, wie gesagt, sprechen. So, kommen wir dann also zum eigentlichen Hintergedanken. Wir nehmen zum Beispiel mal an, dass wir eine bestimmte Summe zum Investieren haben. Das heißt, wir schreiben nun hier unten hin, Summe und investiert. Und wir gehen diesbezüglich von der Summe von 100.000 Euro aus. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, du hast 100.000 Euro praktisch auf deinem Konto in Cash und könntest die jetzt investieren. 100.000 Euro, 100.000 Euro. Wir sollten diesbezüglich auch nochmal darüber sprechen, welche Steuern hier praktisch gelten. Natürlich für einen Investor sind es immer die 25% Kapitalsteuer, wenn du halt ein Investor bist, der praktisch nur mit Finanzprodukten handelt. Und da natürlich gibt es auch wieder Ausnahmen. Aber um das mal so grob zu pauschalisieren, ich weiß, das sollte ich eigentlich nicht tun, aber wir gehen von ungefähr 25% Kapitalsteuer aus. Und diese Kapitalsteuer richtet sich natürlich auch danach, wie viel du verdienst. Ab einem bestimmten Punkt ist es immer 25%. Aber wenn zum Beispiel dein regulärer Steuersatz unter 25% liegt, dann wird praktisch die Kapitalsteuer diesem Steuersatz angeglichen. Heißt also zum Beispiel, wenn du 15% normalen Steuersatz hast, dann würde halt hier die Kapitalsteuer auch auf 15% gesenkt werden. Dann als Unternehmer nehmen wir an, du verdienst richtig gut, sagen wir mal 45% als regulärer Steuersatz. Nennen wir es mal 45% Steuern. Und jetzt wie gesagt, würde ich 25% Kapitalsteuer hierauf zahlen müssen, auf praktisch die Gains, die ich gemacht habe. Das heißt das Geld, das ich verdient habe. In diesem Fall ist es eigentlich relativ einfach zu rechnen. Wir sagen zum Beispiel, im ersten Jahr haben wir hier 20.000 Euro generiert. Dann im zweiten Jahr, wir gehen jetzt davon aus, dass wir nicht reinvestieren, haben wir nochmal 20.000 Euro generiert. Und dementsprechend haben wir also nun nach zwei Jahren 40.000 Euro generiert. Und daraus folgt natürlich, dass wir jetzt insgesamt 140.000 Euro praktisch verdient haben. Wenn ich jetzt noch die Steuern davon runternehme, also ein Viertel, dann würde ich 10.000 Euro abrechnen müssen. Würde also praktisch bei 30.000 Euro Profit liegen, also bei 130.000 Euro insgesamt. Du hättest also praktisch über zwei Jahre eine Rendite von 30%. Das heißt, wenn man es wirklich auf das einzelne Jahr aufblenden würde, wären es 15%, wenn man davon ausgeht, dass man nicht reinvestiert. So, und dann haben wir natürlich hier die zweite Seite, das Unternehmer. Wenn ich zum Beispiel 200% generieren sollte, würde ich halt auf 100.000, 200.000 generieren. Jetzt in diesem Falle wären zum Beispiel eine Rendite von 200.000 Euro. So, würde ich also sagen, okay, im ersten Jahr sind das 200.000 Euro. 200.000 Euro, das machen wir gleich nochmal schöner. Radieren wir das einmal hier schnell raus. Im ersten Jahr, wie gesagt, würde ich erstmal 200.000 Euro generieren und dasselbe natürlich auch nochmal im zweiten Jahr. Ja, dementsprechend würde ich insgesamt ganz klar natürlich 400.000 Euro generieren. So, sagen wir 200.000 Euro. Mein Gott, das radiere ich jetzt aber nicht weg. So, 200.000 Euro. Dann im zweiten Jahr nochmal 200.000 Euro. Und insgesamt würde dies bedeuten, dass wir praktisch dann 400.000 Euro generiert haben. Das würde bedeuten, dass ich natürlich insgesamt 500.000 Euro habe. Jetzt müssten wir aber noch die eigentlichen Steuern, sage ich jetzt mal runterrechnen, weil wir haben ja jetzt 500.000 Euro hier generiert. Müssten dann 45% Steuern zahlen auf die 400.000. Das wären ungefähr, naja, die Hälfte. 200.000, ein bisschen weniger Steuern vielleicht. Ja, sagen wir mal 180.000 müsstest du dann Steuern zahlen. Das heißt, du hättest am Schluss noch 220.000 übrig. Minus 180.000 Euro steuern, würdest du am Ende 220.000 Euro übrig haben. Und das natürlich plus noch die eigentlichen 100.000, hättest du also praktisch 320.000 Euro insgesamt verdient. Das heißt, wir haben hier praktisch einen Unterschied von insgesamt, naja, 190.000 Euro. Und das ist schon ganz schön viel. Die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich denn überhaupt zu 200% per annum? Das soll ich vielleicht nochmal hinzuschreiben, nicht, dass Leute verwirrt sind. So, per annum. Wie komme ich da hin? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an. Ich habe einen Peer-to-Peer-Kredit und der macht mir 10% im Jahr. Wenn ich 100.000 investiere, mache ich damit dann praktisch 10.000 Euro pro Jahr. Nehmen wir an, was hat man gesagt, 15% oder 10%? Na, bei 10% wären es 10.000, bei 15% wären es 15.000 Euro. Nehmen wir zum Beispiel mal an, ich würde in eine Wohnung investieren und die macht vielleicht sogar 20%. Dann würde ich hier auf 100.000 Euro 20.000 Euro generieren. Aber als Unternehmer kannst du natürlich viel mehr generieren. Und das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich möchte mal mit dir hier zwischen drei unterschiedlichen Produkten differenzieren. Mein erstes Produkt ist ein Online-Kurs und dieser Kurs kostet mich, oder kostet eine andere Person, weil, also, sag ich mal, es kostet mich 2.000 Euro, um den zu produzieren, produzieren zu lassen und eine andere Person produziert den für mich. Nehmen wir also mal an, wir haben, sagen wir mal, es ist vielleicht einfacher zu rechnen, der kostet mich 3.000 Euro, dieser Kurs, um den produzieren zu lassen von einer anderen Person. Dann habe ich noch ein T-Shirt, das ich produzieren lasse. Wir sprechen hier also praktisch nur über das Design und das kostet mich vielleicht 40 Euro. Und dann habe ich noch, sagen wir mal, ein E-Book, das ich von einer anderen Person schreiben lasse. Das kostet mich vielleicht 5.000 Euro zum Schreiben. Und nehmen wir jetzt mal an, wir unterteilen das in drei Jahre. Wir würden also zum Beispiel sagen, okay, wir haben praktisch mehrere Produkte. Wir haben Produkt 1, 2 und 3. Teilen wir das mal hier auf, so schön wie möglich. Irgendwie möglich, so. Wir hätten also praktisch hier das Produkt. Und das erste wäre, wie gesagt, der Online-Kurs. Können wir mit 1, 2 und 3 abkürzen. Und dann haben wir hier nochmal die Jahre. Und wie viel es uns einbringen würde. Wir teilen das auch mal auf in, sagen wir mal, drei Jahre. Und wir würden jetzt hier die Rendite fürs Jahr 1 haben. Ich nenne es mal R, Jahr 1, R, Jahr 2 und R, Jahr 3. Das heißt, Rendite in Jahr 1, Rendite in Jahr 2 und Rendite in Jahr 3. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Online-Kurs betrachte, der kostet 3.000 Euro, mich zum Produzieren. Und sagen wir mal, ich verdiene mit dem Kurs im ersten Jahr, sagen wir mal 6.000 Euro. Was ist davon die Rendite? Natürlich, ganz klar, 100%. Im zweiten Jahr macht dieser Kurs wieder 6.000 Euro. Das heißt, in diesem Falle würde ich dann nochmal 200% Rendite drauf bekommen. Das heißt, dann wären es auf einmal 300%. Wohne im Jahr darauf schon wieder 500%. Das heißt, ich würde im ersten Jahr bereits 100% Rendite machen mit diesem Produkt, weil ich weiß, wie man ein 3.000 Euro Produkt so oft verkauft, dass es wirklich 6.000 Euro generiert. Und im zweiten Jahr würde ich ja dann diese Kosten nicht mehr haben, würde also wieder 6.000 Euro generieren. Das heißt, 200% Rendite mehr. Und dann im Jahr darauf hätte ich ja auch wieder keine Kosten und würde auch wieder die Rendite von 200% haben. Dementsprechend 500% in Jahr 3. So haben wir immer dreistellige Rendite, sage ich jetzt mal, jedes einzelne Jahr. Und wenn du denkst, das ist komplett unrealistisch, ich meine, was glaubt ihr, was ich tue? Ich lasse auch von anderen Leuten Kurse produzieren, promote die und habe in den meisten Fällen noch weit, weit höhere Renditen als 100%, 200%, 300%. Dann, nächster Punkt, das T-Shirt, 40 Euro zum Produzieren. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du würdest mit einem T-Shirt designen, weil du zum Beispiel einen richtig tollen Online-Store hast und Leute dich lieben, weil du vielleicht ein YouTuber bist oder was auch immer, würde es mit jedem T-Shirt designen, das sich 40 Euro zum Produzieren kostet, würdest du 2.000 Euro verdienen. Das heißt mal 50. Was wäre die Rendite? Klar, das wäre dann 5.000%. Was wäre die Rendite in Jahr 1? Das wäre, weil es ja, man einmal 100% runterrechnen muss, weil man ja 40 Euro rausgibt, wären das 4.900% Rendite. Im zweiten Jahr wären schon 9.900% Rendite. Und im Jahr darauf wären es 14.900% Rendite. Dann, das dritte, wäre natürlich das E-Book. Das kostet dich, sagen wir mal, 5.000 Euro zum Erstellen und es generiert dir im ersten Jahr, sagen wir mal, 7.500. Was genau wäre die Rendite? Klar, wäre 50% im ersten Jahr. Dann im zweiten Jahr wäre das praktisch 100, was wäre das, 125% praktisch. Oder noch ein bisschen mehr, 150%, also 200% praktisch. Und im dritten Jahr wären es nochmal 150%, das heißt, wir würden auch wieder bei 350% liegen nach drei Jahren. Das heißt, wenn wir uns diese ganzen Werte hier im dritten Jahr mal anschauen, wir haben 500% Rendite, 14.900% Rendite und 350% Rendite bei Produkten, die uns praktisch nur einmal Geld gekostet haben. Und das können wir praktisch mit allem machen, was wir wollen. Wir können ein Produkt kaufen und wenn wir wissen, wie wir es skalieren können, wenn wir wissen, wie man es promotet, erhält man Renditen, die absolut astronomisch sind. Und deswegen ist es so einfach, als Unternehmer richtig, richtig gutes Geld zu verdienen, als nur als ein Investor. Weil, wie gesagt, als Investor wirst du vielleicht rumstraucheln bei 10, 20%, vielleicht bei 9%, vielleicht bei 5%, vielleicht bei 1%, wenn du ein Festgeld investierst, auch gerne 0,01%, was auch immer. Du wirst aber nie zu solchen Renditen kommen, wie man es praktisch hier drüben sieht. Und schlage ich dir also vor, nicht zu investieren? Nein, keinesfalls. Ich schlage dir immer vor, zu investieren. Man muss bloß beim Investieren auch klug sein. Man kann als Investor natürlich in Dinge investieren, die eine sehr geringe Rendite bieten, aber dafür eine große Sicherheit, was ich zum Beispiel auch tue, darf man nicht vergessen. Aber du kannst natürlich auch in Objekte investieren, die risikoreiche sind, dementsprechend aber eine höhere Rendite bieten. Du willst also praktisch immer diese beiden Faktoren dir angucken. Risiko und Rendite. Je höher das Risiko, desto höher die Rendite. Desto niedriger das Risiko, desto niedriger ist auch natürlich die Rendite. Ich kann dir also wirklich nur als Tipp geben, finde ein Investment, wo beides gut ist. Also zum Beispiel, wo die Rendite extrem hoch ist, aber das Risiko extrem gering. Oder zum Beispiel, wo, sag ich jetzt mal, die Rendite extrem, sagen wir mal normal ist, aber das Risiko ist immer noch extrem gering. Weil natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, das Risiko ist extrem hoch, aber ich habe auch keinen Gewinn, das macht natürlich keinen Sinn. Du willst also immer praktisch ein möglichst geringes Risiko haben, aber eine möglichst hohe Rendite. Und gerade als Unternehmer hast du in den meisten Fällen nicht so ein extrem hohes Risiko, aber eine möglicherweise gigantische Rendite. Das war es also heute für dieses Tutorial. Ich wollte wirklich nur dir ein bisschen helfen, umzudenken, als Unternehmer zu denken. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du möchtest, kannst du mit mir ein Coaching buchen. Gehe dazu einfach in die Videobeschreibung. Würde mich wirklich freuen. Aber gut, danke schön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Und wir hören uns später wieder. Also